Hallihalleschön Jungs und Mädels, willkommen zurück zu The Witcher 3. Es gab gerade zwei Questbelohnungen, warum auch immer. Wir sind gerade in der Quest Freiwilliger. Gerade mal nachgucken, was ist denn da bloß? Es gibt noch für euch zur Info, das kann man jetzt hier so nicht sehen, es gibt, das ist jetzt das Release 1.10, das heißt nach dem Riesenpatch, 6,4 Gigabyte an Patches und Fixes, unglaublich. Ich habe mich schon gewundert, wann der nächste Patch Release kommt, aber das ist ja so riesig, ich hätte es nicht gedacht. So, wir wollten ins Questbuch schauen, dann gab es zwei Quests, die abgeschlossen wurden. Das war, welche war das jetzt? Wir haben ja echt so viele gemacht und leider sind die ja nicht gerade sortiert glaube ich nicht, das fehlt immer noch. Also ich gehe mal davon aus, dass die oben sind die letzten, aber das stimmt ja so nicht. Wir haben ja vorher noch mindestens 15 andere Quests abgeschlossen, was ist mit ganz unten? Oh Gott. Oh Gott. Okay und die beiden sind, die drei sind fehl, oder da sind mehrere fehlgeschlagen. Achso, die sind fehlgeschlagen. Natürlich, natürlich. Triff jene für einen Larvik, der letzte Wunsch. Okay. Na gut, wir sind ja hier in der Quest Freiwilliger. Und nebst, ja, nebst jeder Menge Bugfixes, die es gab, gab es auch noch mehr Korrekturen im Gameplay generell und Stabilität. Es soll wohl jetzt noch besser laufen. Und ich finde auch, dass jetzt das Wasser viel schöner aussieht als das letzte Mal. Das wurde auch irgendwo mal beschrieben, dass es Teile gab, Teile der Ozeane oder Seen, die keine Wasseranimationen hatten. Und dass das wohl auch korrigiert wurde in dem Zuge. So, und ich bin mal gespannt, Freiwilliger, ich weiß gar nicht mehr, worum es da genau ging. Wir lesen gerade nochmal das Quest, so Nebenquest, Freiwilliger hier. Als Geralt durch die sonnigen, aber vom Krieg gezeichneten Lande nahe Ochsen vorzog, hörte er ein äußerst seltsames Geräusch. Etwas, das nach schiefem Gesang und dem Brüllen eines eingeklemmten Schweins klang. Denn Geralt wäre ein schöner Hexer, wenn er dieser Sache nicht auf den Grund gegangen wäre. Hm, okay. Wir sind ganz in der Nähe hier. So. Aha. Hier zittern schon die Knie, hier kommt Nymna Kavalry. Schwinge Schwert und Knöchel knapp, tötet Nilgad Lumpenback. Okay. Ein fröhlicher Troll. Ne, kein Troll, ein, 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 äh, Golem, ne? Du, Menschling. Hier, redanisches Armeelager. Kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Das, äh, das, ich, äh, siehst du nicht? Ich komm zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Hm, die Boote sind ziemlich hinüber. Ich, Boote bewachen, sagen Redanier. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Ja, drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Ah, verstehe. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken. Und singen. Viel singen. Trollhör zu. Bumm. Kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Trollhör will helfen. Rennt los. Ruf zu Bauern und Soldaten. Zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um. Auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich seh gar keine... Trollhungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde. Nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Oh je. Der hat die... Der hat die gefressen. Das sind eben Kriegszeiten. Hm. Ja. Kriegszeiten eben. Ich versteh schon. So ist das im Krieg. Du auch Soldat? Äh. Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Hm. Farbe? Was meinst du? Farbe. Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh. Ich bewache Boote. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Wenn deine Armee vergisst nicht. Liegt so lieb und nicht verkehrt. Gut, ähm. Oh, was haben wir denn da? Hey. Hm. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Hier gibt es ein Versteck. Jetzt ist die Frage nur, wo genau. Da muss es irgendwo eine Höhle oder sowas geben. Aber ansonsten sehe ich nichts Großartiges. Gut, wir schwimmen mal oder segeln mal zurück und bringen dem Troll etwas Farbe mit. So, äh. Ja, genau. Das alte Lied, ne? Okay, müssen wir wieder auf dem Boot. Schön. Und düsen da mal schnell rüber. So, komme ich da durch? Weiß ich gar nicht. Müsste gehen. Ja, geht. So, nochmal drehen. So, sehr schön. Und halt. Ja. Ich wollte eigentlich drüber springen. Aber das schafft gerade bis heute nicht so wirklich gut. Du würdest einen guten Seemann abgeben. Du bist die Karte aus dem Weg. So, hier ist der Händler, der wohl Farbe hat. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. So, aha, der hat das Quest-Item hier Farbe. Gut, das nehmen wir mal mit. Ansonsten hat er nicht viel. Das ist aber auch okay. Wir können wenigstens hier das Zeug verkaufen. Ach, schau an. Wir haben noch die Sachen hier. Die Satteltaschen. Da kann man Objekte verstauen. Habe ich jetzt da eigentlich schon... Kann ich das dem Pferd auch geben? Weil es ist kein Sattel. Es sind nur Satteltaschen. Da gucke ich gerade mal. Bis dann. So, Inventar. Äh, Dingensen, Dingensen. Unter Waffen abgelegt. Okay. Ach, schau an. 30 auf 100. Cool. Wir können noch ein bisschen mehr verstauen jetzt. Das ist doch schön. Und als Trophäe kann auch noch was dranhängen. Ah, schau an. War das früher auch schon so? Weiß ich gar nicht. Und hier gibt es noch mehr Konsumgüter. Das wurde, glaube ich, ergänzt, oder? Es waren früher nur zwei. Und jetzt können wir noch mehr ergänzen. Aha. Gut. Was kann ich für dich tun? Mal sehen. Philipp. So, jetzt können wir auf jeden Fall die andere, die Kleineren da verkaufen. Die da. Und tschüss. Bis dann. Und tschüss. So, hoppla. Jetzt gehen wir gerade wieder zurück. Zu mir. Zu mir. Weiß Haar. Hast du meine Waren schon gesehen? Scheiße. Ist das langweilig. Wieso flogen alle so unentwegt? Ah, deswegen. So. Alles klar. Gerade wieder zurück zum Troll. So. So. Ach, wie schön das hier aussieht. Sonne geht unter. Oh, halt. Wir müssen hier schon parken. So. Zack. Der hätte echt auch so ein Boot in den Zaun gebaut. Ich bin mal gespannt, was er mit der Farbe jetzt vorhat. Ich habe die Farbe. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist mit dem los? Was ist denn? Farbe ja, aber weiß nicht. Wie? Hm. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie. Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an was? Vogel malen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ähm. Wir können es ja mal versuchen. Mal gucken, wie künstlich begabt Geralt ist. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut. Nicht wie andere. Danke. Nichts zu danken. Komm und guck. Die Lauf der Ängen. Hey, zwei Erfahrungspunkte. Ich habe nur mit der Ruf. Und dein Junge dabei lieb, ich bin nicht bei dir für alle eher. Und dein Junge dabei lieb, ich bin nicht bei dir für alle eher. Da sind ja was ganz tolles zusammen. So, ich will mal kurz hier reinschauen. Ich nehme es nicht mit, weil ich weiß nicht wie der Troll reagiert. Aber hier gibt es eigentlich nichts. Da auch nicht. Wir hatten ja vorhin dort den Wolfskopf gesehen. Wo war er denn? Da. Da war er. Okay. Wir sollten mal hier schauen, ob es hier irgendwas Wertvolles gibt. Was ist damit? Dunkeleisenerz. Draht. Ne, das ist es nicht hier. Hier muss es irgendwo noch was geben. In der Nähe dieses Zeichens. So hoffe ich doch. Aber wenn wir es nicht gleich finden, dann können wir es auch sein lassen. Ah, was war da hinten? Achso, nur die Pflanze. Komm, nehmen wir mit. Bisschen eigenartig ist das schon. Weil ich sehe sonst nämlich hier keinen. Oder wir haben es hier schon geholt. Das weiß ich jetzt einfach nicht mehr. Na gut, ist ja auch egal. Nicht so schlimm. Wir müssen es einfach nur merken. Fürs nächste Mal. So. Wir können nochmal hier das große Erasmus-Wegelwut-Gedächtnisrennen machen. Ich glaube, das Stück kann man gerade noch so reiten, oder? 600 Schritte. Wir holen mal Plötze zur Hilfe. Ich hoffe, hier ist kein See noch in der Nähe. Der ist das irgendwie jetzt verwehrt, der schnell reißen. Oh. Banditen. Okay, das war ja einfach. So, hier ist auch... Oh, was ist denn da? Aha. Aha. Aha, das war sonst nix. Okay. Ach, das löscht jetzt so ein bisschen mehr. Als vorher. Na gut. Wir reiten weiter. Lauf, Plätze. Oh Mist. Knapp verfehlt. Okay, die lassen wir mal in Ruhe. Ah, eine Truhe. Ein Beilkopf. Mehr nicht. Wir müssen sie eh schwimmen. Das nützt ja nichts, um Plätze jetzt hierher zu reiten. Wobei, das Wasser ist so flach. Wir können doch drüber reiten, ja. Na gut. Was war das? Ich habe irgendwas ganz komisches gerade gehört. Aber gut. Gut. Der Kompass wieder, ne? Furchtbar. Wieso will der denn nach da hinten? Jetzt. So, da sind wir doch. Anwesende Wegelboots. Wir müssen da wohl rüber, ne? Die reinste Harmonie zwischen Ross und Rheinland. Langsamer. Was könnte sie für ein bestandenes Liebespaar halten? Welch Synergie in Sicht da ein Fall hat. Verpiss dich. Ah, der ist es gar nicht. Ich sehe gerade, der ist da oben. So, du machst wohl die Rennen hier, hä? Ich würde gerne am Rennen teilnehmen. Wenn du das Startgeld zahlen kannst und dein Pferd hast, warum nicht? Entscheide dich bitte schnell. Gleich beginnt das Rennen. Gut. Die Rennen. Erzähl mir mehr darüber. Sie waren der letzte Wunsch von Erasmus Wegelboot. Er hat sein Vermögen beim Spielen gemacht und war stolz darauf bis zum Schluss. Und die Familie hat nichts gegen eine Rennstrecke direkt an ihrem Haus? Das Haus war Erasmus Vermögen. Die Familie hätte es gar nicht geerbt, wenn sie sich dieser Bedingung nicht unterworfen hätte. Gelten bei diesen Rennen irgendwelche besonderen Regeln? Nein, alles ist so schlicht wie Herr Erasmus selbst. Zwei Reiter starten zugleich und wer die Strecke als erster zurücklegt, hat gewonnen. Hört sich einfach an. Ich will am Rennen teilnehmen. Wunderbar. Dein Name und der deines Pferdes? Geralt von Riva. Auf Plötze. Vermögen. Dein Gegner? Lass mich mal schauen. Seamus holt auf Arthos. Teilnehmer in den Sattel. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Und los. Ah, jetzt geht's los. Gut. Wir geben eine Führung. Ganz lässig. Noch ist es relativ einfach. Keine Baumstimme im Weg oder sowas. Plötze machten doch nicht schlapp. Das ist auch gut. Wir haben leichten Vorsprung. Du siehst glas aus. Probier's mal mit Zwiebeln im Öl. Mh, Zwiebeln im Öl. Okay. Nicht mehr. Nein, 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 nein. Gib Gas, gib Gas, Plötze. Gib Gas. Gib Gas, gib Gas. Jetzt macht er irgendwie kurz schlapp, ja? Kurz vor Ziel. Hey. Das Finale des Erasmus-Wegelboot-Gedächtnis-Rennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plötze. Ruhm und Ehre dem Sieger. So ist's gut. Hey, so ist's gut. Aber machen wir uns nichts vor. Die Konkurrenz hätte härter sein können. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ah, jetzt können wir hier Geld machen, oder was? Nee, wir können Geld ausgeben. Ah, wir kriegen noch ein bisschen was zurück, okay. Also hier könnte man jetzt Masse Geld machen. Wir machen es doch einmal, komm. Ich will noch einmal teilnehmen. Prima. Lauf nicht weg, wir fangen bald an. Dein Gegner ist diesmal Burggraf Roma auf Caniculus. Der Burggraf reitet inkognito. Ich muss also um Diskretion bitten. Gut zu wissen. Mal gucken, ob der besser ist. Und los. Wir strengeln hier, also bitte, ja? So, das weiß ich ja ungefähr, wie lange plötzlich hier aushält. So, klappt das ganz gut, ja? Ah, nein. Ist das jetzt eine andere Strecke? Kommt das woanders vor? Nicht überholen, nicht überholen. Hinter mir bleiben. Ah, nicht überholen. Nein, bleib hinten. Bleib hinten. Die dauert länger, die Strecke. So, noch eine Kurve. Dann haben wir es geschafft. Ja! Das Finale des Erasmus-Wegel-Gedächtnis-Rennens ist vorbei. Der Sieger ist Geralt von Riva auf Plätze. Wie gar keiner klatscht. Mano. Yay! Bravo! Glückwunsch! Du hast mit Stil gewonnen. Soll ich dich nochmal einschreiben? Ich weiß nicht, wie oft soll ich denn das machen jetzt hier? Ist der Quest abgeschlossen dann? Es ist noch nicht fertig. Oh. Hoppla. Entschuldigung. Ich wollte mit dir reden. Ich habe mich verdrückt. Ah, jetzt geht es wieder. Ja, komm. Eins geht noch. Versuchen. Bist auf den Geschmack gekommen, wie? Dein Gegner ist Luke Wegelbut, der junge Vetter des Herrn Albert, auf Succubus. Er ist das schwarze Schaf der Familie, aber er hat noch kein Rennen verloren und gilt darum als Lokalmeister. Okay. Zweilehmer in den Sattel. Auf drei. Eins. Zwei. Drei. Und los. Oh, der ist so schnell, mein junger Freund hier. So, das Wetter schlägt ein bisschen um. Und wieso ist denn da ein Pferd einfach geparkt? So was aber auch. Das sind andere Strecken hier. Jetzt sind wir rechts abgebogen. Und wir sollten kurz verschnaufen. Aber nicht so verschnaufen, nicht ganz stehen bleiben. Wah. Das ist ja sehr nah. Denn wir brauchen natürlich Plätze. Wieso biegst du rechts ab? Wir brauchen nämlich unsere Ausdauer für die weiten Strecken. Und können hier bei diesen Kurven kurz mal verschnaufen, weil da kann der eh nicht an uns vorbeilaufen. Bloß nicht. Wir haben... Sag mal. Was wird denn das jetzt? Gib Gas! Plötzler, gib Gas! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt hängen wir nämlich hinter ihm. Puh. So, viel besser. Ich meine, Plötzler hält einfach ganz an, ne? Das ist auch nicht gerade nett. So, jetzt aber Gas geben. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Weite Strecke. Breites Feld. Das sollten wir nicht ausnutzen lassen. Ich hoffe, Plötzler schafft es doch bis zum Ziel. Natürlich nicht. Nein, bleib weg. Bleib weg. Geh weg. Bleib hinter mir. Puh. Ja, ich war ja auch... Ich bin auch ein bisschen blöd. Ich habe das natürlich abgeschaltet, ne? Die Ausdauer des Pferdes. Das sollte man natürlich jetzt hier einschalten, damit man den Überblick bewahren kann. Aber so geht es auch. Irgendwie. Mit ein bisschen Action, ne? So, gewonnen! Ist das schön. Kein Arsch mehr da, guck mal. Großartig. Fantastisches Rennen. Glückwunsch! Welch ein Sieg! Danke, danke. Uh. Gibt es ein Land, wo ich mehr von deiner Art finden kann? Okay. Geralt von Riva, nicht wahr? Was willst du? Ich möchte meine Bewunderung wegen deines Sieges ausdrücken. Und hier, eine Einladung vom Boss. Er will dir persönlich gratulieren. Leb wohl. Tschö mit Ö. Okay. Ah, es geht gerade weiter, so wie es aussieht. Wir gucken mal in unser Inventar und lesen mal das, was wir bekommen haben. Eine Einladung. Eine Nachricht von Carlo Varese. Hexer, ich habe von deinem Sieg beim Wegelbootrennen gehört. Solches Talent darf man nicht verschwenden. Es muss sogar entwickelt werden. Und um das zu gewährleisten, muss es großzügig belohnt werden. Wenn du an der Entwicklung oder an der Belohnung interessiert bist, komm mich in meinem üblichen Hauptquartier besuchen. Varese. Okay. Ich bin der Cat. Dann schauen wir doch gerade mal, wo die nächste Schnellreisekreuzung ist. Ach, die ist gerade da unten. Da kann man ja schnell hinjoggen. Weil tausend Schritte sind, wie immer, etwas zu viel. So, war doch hier runter, oder? In die Richtung? Ja, so ganz blöd bin ich nicht. Ich hätte nur ein bisschen mich weiter hier links halten sollen. So. Zack. Auf zurück zum Platz des Hierarchen nach Novigrad. So, hier ist wieder Party ohne Erinnern gesagt. Wer einen Magier bei sich versteckt, wird an seiner Seite brennen. So, wir müssen wohl da jetzt hoch, ne? Ähm. Nee, wir sind irgendwie... Falsches Haus. Der Kompass zeigt aber ein bisschen... Ah, der zeigt da rum. Ach so. Ich glaube, der wird entheult. Aber wir können doch... Ist das nicht hier rein? Wir sind doch hier immer... Oh. Kreist euch zusammen, Jungs. Okay. Verlieren wir den Nerven? Bruder, wer bist du denn? Autsch. Tja, Entschuldigung. Da piekst du falsch ab und schon wirst du dich irgendwie hier abgemetzelt. So. Gut. Wir müssen das doch nochmal außenrum laufen. Oh. Dieser Geruch hier in der Luft. Kennst du den? Das ist mein Pratenfeld-Monstern. Im Namen des Hierarchers. Wer einen Magier bei sich hat... So. Äh, nee. Das ist zwar kein Händler. Der ist ja hier hinten irgendwo. Ah ja. Genau. Ich hasse die verdammten Huren. Okay. Okay, wir sind hier vor dem Haus von Hacker und mal gucken, was der zu sagen hat zu dem Brief, der uns geschickt wurde. Dir auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und fürs Mitfiebern. Einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.